Ich sehe das ähnliche Drannteil, der Bruder hier ist. Ich komme zu einem Frügel in der Krüfte mit. Also, die SESISTANCE, ist das was ich sagen, dass es vielleicht ein paar Dinge gibt. Es gibt ein paar Tränen, es gibt ein paar Dinge, es gibt ein paar Dinge. Das ist alles, das ist alles, was ich. Ich sage, das ist ein kleines Erreign. Ich sage, das ist das, was ich schaffe mich. Das ist alles, was ich meine Geisse, denn ich sage mir, das ist alles, was ich weiß. Und ich sage, dass ich mich gerne sagen darf, aber ich sage, dass ich das richtig mache. Aber die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, die Leute, was ich sehr liebte. Das ist ein paar Sachen. Alles klar. Untertitelung des ZDF, 2020